das war geil so datzen 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 okay dazu mit dir ach mit meinem bruder er war schon beim bruder sehr gut ach ich fahre gerade sehr interessant ich fahre einfach ich lasse mal den kollegen schießen ist egal hat man glaube ich auch nicht so richtig gemacht crash machen guten job bitte da schmeißt einer ein klavier okay gastgeber in der kurve kommt das natürlich immer gut also ich bin ja eben tatsächlich irgendwo die abkürzung lang gefahren ich habe nicht mitbekommen wo die war von daher würde ich die ganz gerne noch mal ausprobieren weil ich nicht weiß ob ich da ein kristall gefunden habe wow okay gas 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 okay wow okay jetzt fahr ich mal wieder alleine so das müssen wir irgendwie noch hinkriegen scheiße das war die letzte runde fuck das war nicht so gut äh ja das machen wir doch ich denk nochmal gut gut aber ich möchte doch wissen wo die abkürzung war verdammt ich muss nur noch ein bisschen meine beine vertreten ja okay du hast eine preisgekröte sau das ist interessant irgendwie hey super glitzy wie wärs mit einem kuss was ist denn da passiert gerade was ist denn da passiert gerade äh ich werd mal schießen äh ich wollte ich wollte ja dodson war ja schon richtig aber ich wollte ja egal 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 oh oh das schwede da war die abkürzung ich hab sie gesehen echt komisch dass sowas auf der straße rumliegt ich hab die abkürzung gesehen ich bin da richtig schlecht ne aber macht nichts dafür macht es richtig bock und gehen wir's anpumpeln okay ja okay er mit feuer spielt kann sich verbrechen ich will den Lager aus meinem Pelz haben ich hab den verdammt wieder gerade vergessen zu äh wechseln ich wollte eigentlich schießen das verwechsel ich lieber nische also irgendwie bin ich gerade sauschlecht im Fahren ich weiß nicht woran es liegt das verwahr ich in meinem Beutel so wurde der Besten eroberst man ich wollte doch gar nicht dodson ich bin ein Opossum hört meine Stimme so jetzt ja ist ein bisschen spät aber okay ich steck in einer Wolke fest hier hab ich aber was richtig Gutes aufgetrieben ja was denn das Problem ist dass ich mit dieser scheiß Waffe niemanden vor mir treffen kann das bringt mir gar nichts Entschuldigung aber das bringt mir nichts ich hab die Nase frei von dir ja es ist wirklich so so was machen wir denn damit die sind ja wie was mach ich denn hier die sind ja viel zu weit weg ähm erstmal abschmeißen den Scheiß hier so den haben wir gekriegt sehr gut da sind schon wieder zwei Typen wie ist die Sicht dahinten Kumpel so irgendwo kommt auch hier gleich die Stelle mit der Abkürzung oder wo war denn das jetzt nochmal wieder in der irgendeiner Kurve da hier ist doch nichts zum einsammeln oder hab ich aber was verpasst ah das müssen wir gleich nochmal machen schade oder das kommt halt erst später mit der Abkürzung ich weiß es nicht ne Tracht? ah ja okay das war noch schlechter alter Schwede bin ich blöd bin ich blöd hier okay jetzt komm jetzt Dots sind wir gleich direkt zu Anfang und ballern alles ab okay so jetzt will ich auch ballern so so der erste ist weg und gib doch mal ein bisschen Gas ey ich glaube ich muss ein bisschen Ziele abschließen hier äh Waffenwechsel wie war das noch? okay okay jetzt haben wir's hallo wieso fährst du gegen die Wand? das kann doch nicht wahr sein ich war eben so gut ich fühle mit dir innerlich und ruf mich bitte nicht mehr an das war wieder richtig schlecht oh alter Schwede das kann doch nicht wahr sein hier Gas so ein bisschen nach vorne kommen hier das ist ja nicht mehr normal nochmal ein Turbo sehr gut okay das war jetzt gerade nicht so gut eingesetzt gebe ich zu jetzt bin ich echt gefährlich hier ist der in der Abkürzung ist definitiv nichts so äh wir haben Crash auf uns drauf sehe ich gerade ich fahre jetzt gerade ich lasse den Crash mal ballern ich hoffe das klappt einigermaßen Crash du bist so ein Arsch jetzt bin ich hier schon wieder ey nee 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 ach komm verpiss dich ganz ehrlich das ist ja nee ach man jetzt bin ich hier wieder halb tot das kann doch nicht wahr sein das lief doch eben schon wieder ganz gut was mach ich denn hier okay noch mal Gas geben jetzt so ein kack sieb da und wieder tot ey das ist doch nicht wahr ja siebter das nee ey ganz ehrlich also was ja wird noch achter genau wird noch achter ey komm nee jetzt ich hole mir jetzt einen anderen Fahrer ohne Scheiß das das ist doch nicht also nee da kann ich gerade nicht mit leben tut mir leid Leute das geht mir gerade richtig auf den Sack ich hole mir jetzt einen anderen Fahrer das kann doch nicht sein dass ich hier so faile wo ist denn das Problem jetzt gerade hier wir wollen noch ein bisschen was erreichen so rein da wieder ich will das nochmal schaffen so äh rennen so und jetzt nehmen wir jetzt nehmen wir ist scheißegal wir nehmen jetzt wir nehmen Nina würde ich sagen und bitte ein anderes Kostüm ist Reifen oder ist Reifen das Symbol für schnell ich nehme jetzt Reifen so komm wir schaffen das schon irgendwie das kann doch nicht wahr sein dass das weiß nicht warum das eben so oder Blitz ist Blitz zerstören kann auch sein und Reifen ist Schnelligkeit ne wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich deswegen das falsche Symbol genommen deswegen kam ich auch nicht richtig aus dem Arsch gerade daran wird es wohl liegen ja kommen sie zu ich möchte das jetzt fertig kriegen kann ja nicht sein dass wir uns so lange hier aufhalten mein Sieg wird schnell und fürchterlich sein ja das hoffe ich so und Gas so direkt mal ein Turbo gekriegt das ist gut wenn ich mit einem von euch da gleich noch dotzen kann wäre das ja gar nicht schlecht und BAMS der Wagen lenkt sich ein bisschen komisch weil der so lang ist aber passt schon ja jetzt habe ich gerade einen Turbo ja okay da wollte ich auch hin so ein bisschen besser sieht es jetzt ja aus dotzen so du fährst ich baller ja okay ich kriege euch jawoll der ist schon mal weg ich brauche eine Tapetenmetzle man sieht sich den will ich auch haben ja so und jetzt nach hinten ballern das sieht doch ganz gut aus die ja sehr schön und den auch noch Crunch muss okay ich habe keine Emotion mehr äh okay hahaha so und Gas ich bin doch eigentlich bin ich gerade abgesprungen äh das war gerade ganz schön gruselig wie ich da geflogen bin aber okay geschafft letzte Runde so komm wir werden das jetzt irgendwie schaukeln dieses Kind und ich werde jetzt weiterhin Nina als Fahrerin nehmen glaube ich weil mit der komme ich am besten klar und doch mal ein bisschen mehr Turbo hey was habe ich dir denn getan wieso ist denn der Turbo denn noch nicht voll und warum überholt der lahme Arsch mich da gerade ja und Affe das muss doch einen Haken haben jawoll und jetzt habe ich auch einen Turbo sehr gut ja sehr gut läuft da rein sehr gut Abkürzung auch noch genommen das Hühnchen das Hühnchen jetzt abfeuert nach hinten wenn es geht erinnert nein nein ey ich nein ich glaube es nicht wehe wehe du blöd das gibt es nicht jetzt darf ich das nochmal machen weil die mich kurz vor Schluss abgeschossen hat ich glaube es nicht genau richtig für meine dunklen Pläne Engine ey so ey okay jetzt ist Krieg jetzt ist Krieg ohne Scheiß meine Güte ist doch nicht wahr meine Strategie ist kalt und gnadenlos Gas geben erstmal das ist meine Strategie so und jetzt mit einer vorne Dotzen was ist das wieder für ein Scheiß gewesen so komm so Gas geben okay okay bist du jetzt mal weg okay war das noch einer hier okay der ist gerade ins Wasser gebasht beziehungsweise nee der hat die Abkürzung genommen das war das okay okay wir haben dir mal ein bisschen Gas vom Klutsch langsam könntest du auch mal kaputt gehen dankeschön so da vorne ist noch einer den kriegen wir auch noch platt sogar beide okay ich schicke dir die Passkarte von der Z-Linie schmeckt meinen fettigen Zaun verneigt euch von meiner mächtigen Mächtigkeit gefällt dir das? von meiner mächtigen Mächtigkeit könnte auch mal einer sterben ich will mal hier weg ich wollte die Abkürzung rein du ja so lasst uns hier durch ihr seid doch alle kacke was ist das Spiel? ich hab das gerade nicht verstanden ich kümmere mich später um dich oh geh weg fünfter ist jetzt nicht so berauschend das ist mir sowas von scheißegal ich fahre ihr hüpft rein und sie hat auch meinen Kopf kleines Schäbel Trauma ich will nicht mit dir dotzen ich wollte nicht dotzen vielleicht doch komm mach ihn platt mach ihn platt ne ne das hab ich nicht ey Leute das ist gerade nicht wahr hier ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selbst vielleicht jetzt hab ich auf weiter gedrückt ich möchte doch nur Gold kriegen und die beiden Kristalle haben es ist unfassbar was ich euch hier gerade anbiete es tut mir wirklich leid aber ich will dieses scheiß Rennen jetzt schaffen das ne das lass ich nicht auf mir sitzen wen nehme ich denn jetzt? komm her Crunch komm ich will jetzt endlich mal das schaffen genau Crash das sehe ich nämlich ganz genau so wie du ach manu so Konzentration mal richtig hinsetzen hier einen Schluck trinken nochmal eben und dann geht das gleich los so ok ich will eigentlich nicht mit einem von euch dort na wie ist na Pasadena na ok so so ich mag dieses Maschinengewehr äh ok Kamera war gerade komisch ok ok so das haben wir auch erst nach hinten so ich glaube ich bleibe bei Crunch weil er halt richtig ballern kann das ist alle? ok dann über das hier hey hey bam du auch noch kaputt so und jetzt wollen wir runterspringen du bist nicht stark genug weder in noch außen so einmal haben wir jetzt die erste Runde überstanden meine Güte so geh weg Depp genau ihr seid alles Deppen du Weg zur Kirche Cortex jetzt geht es aber los hier ich gebe das Ding ok und Feuer und Gas ich düse an alles vorbei ich weiß gar nicht warum ich fang Clutch gerade mit durchziehe hier aber ok machen wir nochmal tschüss ich will dich nicht mehr schön vor allem ja ja so komm her ok vorbei das kann man diesmal aber packen was war das was war das denn verdammt ey ich will den da haben sehr gut komm 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 nein diese scheiß Krokodil nein das ist guckt euch guckt euch mal diese scheiße hier an Düsseldorf ne das ist doch jetzt nicht wahr ich war eben so gut und jetzt werde ich siebter das ist doch nicht wahr fünfter vierter aber trotz man sorry ne ich ich beende diese halbe diese Hälfte der Aufnahme jetzt nicht ohne dass ich diesen Kack hier geschafft habe das ist doch nicht wahr so Gas ne es ist unglaublich was ich hier anbiete wirklich das ist traurig lass mich einfach vorbei ich will da vorne hin ja die Platten der ist gut komm her hier du blöde Kuh so so schon wieder alle wie fährst du denn schon wieder komm mach dir doch mal platt da vorne da muss doch mal einer von treffen so kämpf gegen einen Mann verlier wie ein Junge hör auf mir hinterher zu laufen da das ist ohne Scheiß dieses Rennen ist echt nicht einfach warum eigentlich Verliererstadt so Krokodil schnell weg da ok ok da durch nein ich komm nicht an euch vorbei geh weg von mir Gas geben und dran vorbeiziehen warum guck mal ich hab schon ein Turbo ne und ich schaffe es nicht die zu überholen na dann versuch Deppi will hier mal ein Stück von mir tu langsam du Idiot wieso ab du wieso fährst du in die verkalt wieso fährt die in die falsche Richtung blödis doofis Idiotens das glaub ich jetzt nicht ja können wir nochmal habt ihr das gesehen ich dotze mit der und die fährt einfach mal in die falsche Richtung es ist doch nicht wahr ich werde hier total verarscht von dem Spiel aber ohne Scheiß sag mal mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet ich hatte mich hier auf eine Aufnahme eingestellt auch ein bisschen Crash aufnehmen ist ja Pille Palle hier und dann kommt hier so eine Kacke das ist doch alles nicht wahr ich weiß nicht ob ich das hier überhaupt ich trau mich schon fast gar nicht den Scheiß hochzuladen das guckt sich doch keine Sau an nee Yahoo ist eine Internetseite so na blöd bitte nicht so ich bin hier durch das auch noch ich glaub's nicht ich glaub das alles nicht bleifuß du hast einen Arsch Scheiß du Mann komm her du blöde Kuh so jetzt gibt Gas so der ist auch weg wieder alle jetzt machen wir ein bisschen was kaputt mhm meine Fahrkünste haben eine Katastrophe vermittelt eine Fahrkünste guter Fahrstil ich fliege wie die Zeit ich hab nichts mehr zum Einsammer okay so Bosskarte wo kommt die auf einmal alle her natürlich ballert die auf mich das ist doch alles nicht wahr oh wieder ey ich krieche die Krise ich seh nichts ich seh nichts okay hinter mir ich baller auf alles was hinter mir rumflutt wieso bin ich in die Luft geflogen ich muss gleich abspringen nicht schnapp ich mir so und jetzt gebe ich jetzt springe ich ab zack und Gas es wird Zeit dass Crunch dich erzieht nein da fährt der gegen ne Wand ey ne ne das ist doch zum Kotzen oh ich krieg hier die Krise warum warum verdammte Scheiße ich hab wieder auf X gedrückt ich krieg nein ich will den Scheiß jetzt schaffen das ist mir kack egal wie lang das hier dauert ich mach das jetzt nochmal ich weiß das werden jetzt vier extra lange Parts ist mir sowas von kack egal ich will den Mist jetzt hier hinkriegen verdammte Scheiße so geh rein so nein ich wollte nicht raus lass mich in Ruhe so rennen äh schneller ich ich weiß jetzt nicht wie hinter euch denn noch in dem Engine ist kacke oder ach man ich hab keine Ahnung ich nehme jetzt das Ding scheißegal ich will das jetzt schaffen so ich schenke mir jetzt noch was zu trinken hier ein so und wenn ich das Rennen geschafft hab dann machen wir nämlich einen Cut in der Session hier und dann will ich hoffen dass wir in der nächsten Hälfte was erreichen das ist ja zum Mäuse melken hier ohne Scheiß nichts erreicht nur gelabert ne das macht absolut gerade keinen Spaß das Spiel ist gut versteht mich nicht falsch aber dieses Level das hat es irgendwie gerade auf mich abgesehen ich werde hier nur verarscht und benachteiligt und hast du nicht gesehen so und jetzt ja das will ich hoffen so Gas geben ja so komm jetzt her und ich werde schon wieder angeschossen jetzt bin ich sogar Dritter Dotson komm Dotson ist egal mit Cortex das passt doch so alles abballern also irgendwie will ich eine andere Waffe haben ja die ist besser Wieso fährst du in der Mitte lang das ist doch langsamer oder ja irgendwie ist Cortex auch irgendwie gerade kacke komm wir fahren weiter ohne dich du bist dich bösartig genug ja das sehe ich auch so so komm ein Turbo ja sehr gut und Gas das Teil da hätte ich gern sehr schön und jetzt auf Nina wenn das Nina ist ich glaube schon ja richtig so Gas was warum fährst du jetzt so einen Zickzack Scheiß so das Ding damit oh Abkürzung ja da bin ich auch lang warum fahrt ihr jetzt alle die Abkürzung ihr Penner dann kann ich damit nichts gut machen ein Arschloch ne mich auch nicht Cortex du laberst da wieder einen dünnschiss und Gas jetzt bin ey was soll die Scheiße weil ich die Wand berührt hab bin ich sowas von in die Luft geflogen gerade und ne ne ich ich fühl mich total verarscht aber richtig dieses Spiel kann mich mal echt na das kann ich schon wieder vergessen im Moment besiegt mich gar nichts oder besiege ich gar nichts ich fuhl grad gar keinen auf so den wir warten mal eben ab bis wir hier nicht in der Kurve sind so na jetzt Gas einfach mal wegfahren schön es freut mich jetzt warum warum drehe ich mich jetzt so kacke ich hab einfach nur gerade gelenkt na na ey jetzt hänge ich hier an dieser scheiß Wand fest ja mich macht ihr auch langsam sauer aber ohne scheiß ich schmeiß gleich das Spiel in die Ecke ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich bei diesem Spiel mal ausrasten würde aber wenn die mich hier so verarschen wollen können sie es gerne haben echt so jetzt komm hierher ja laber 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 ne ich glaub ich nehm mir den Crunch wieder weg weg was für eine Freude so jetzt nimm mir mal irgendwie was vor hier einen Kamel da abballern zum Beispiel so hier ein bisschen Ziele so äh Ziele Turbo Dritter okay es wird fährst du bitte in die Abkürzung du nimmst nicht mal die Abkürzung du blödes Viech ey so in dem Meer ja ja danke 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 was hast du für einen Schuss das war der kack hallo oh das sind alle drei jetzt vor mir alle drei Gegner habe ich jetzt direkt vor mir das ok jetzt habe ich Angst jetzt ist Nina auch noch hinter mir es könnte was werden wenn mich jetzt nicht alle abschießen oh nein ich habe die Abkürzung verpasst und hier ist Gas warum seid ihr jetzt schon wieder alle so weit vorne oh man guckt euch das mal an jetzt überholen die mich ja alle wieder zum Schluss sechster ey ich kriege hier ich kriege hier einen Föhn ich kriege hier echt einen Föhn ja nochmal man das läuft eine Zeit lang so gut so jetzt gleich als erstes dotzen so meine Güte alles kaputt machen alles kaputt machen was hier rum kreucht nein so mach den kaputt so nächster Schuss was hast du das ist der kack hier kaputt so absprung wo solltest besser gehen